Rathaus Level 11 8 Bogietürme, 7 Kanonen, 5 Magiertürme und 4 X-Bögen auf Rathaus Level 11, was natürlich die Base-Layouts wieder komplett verändern wird. Die 4 X-Bögen machen da ein sehr schönes Quadrat, aber da man jetzt den 5. Magierturm hat, fällt der wieder schön aus der Reihe und man kann sich wieder da neue Ideen überlegen. Und jetzt wissen wir auch, wofür denn die Platzerweiterung für die ganzen Bases war, denn nur dafür, dass da neue Verteidigungen mit hineinpassen und ich hatte das ja auch schon so ungefähr vorhergesagt, dass da neue Verteidigungen dazukommen werden. Und wie auch schon mal angeschnitten, werden dann die Layouts vermutlich etwas weitläufiger werden, da man ja auf Rathaus 11 keine neuen Mauern mehr bekommt, beziehungsweise vielleicht veröffentlicht Super Zelda ja noch was. Ich hoffe es mal nicht, denn die 275 Mauern dürften ja momentan eigentlich reichen, da man ja auch erst kürzlich 25 neue für Rathaus Level 10 bekommen hat. Das dürfte eigentlich reichen, um da die ganzen neuen Verteidigungen auch mit einzubauen, aber ich glaube trotzdem, dass das Ganze dann etwas offener gestaltet werden muss. Aber kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt des heutigen Sneak Peaks, denn der Frostzauber kann ab sofort auch schon auf Rathaus Level 9 verwendet werden. Und das eröffnet natürlich viele, viele neue Angriffsmöglichkeiten auf Rathaus Level 9. Ich glaube aber, dass der Freezezauber zwischen Rathaus Level 9 vs. Rathaus Level 9 nicht so häufig seinen Einsatz finden wird, denn der Freezezauber bleibt nur Level 1 und kann auf Rathaus Level 9 nicht weiter verbessert werden. Und da der da nur relativ kurz hält, ist glaube ich auf Rathaus Level 9 ein Heilzauber noch definitiv deutlich wirksamer. Aber gegen Rathaus 10 dürfte das einiges ändern, denn Rathaus 9 hat dadurch mehr Chancen, gegen die wirklich sehr starken Inferno-Türme anzukommen. Bis jetzt hatte man ja überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas gegen die zu machen. Heilzauber verpuffen wirkungslos und jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, die Inferno-Türme mal kurzzeitig auszuschalten und es dürfte den Rathaus 9 an Zeit geben, die auch zerstören zu können und dann auch mehr in Richtung 2 Sterne gegen Rathaus 10 zu gehen. Das war es schon wieder von diesem Sneak Peek, kurz aber knackig und ich freue mich wieder, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei mir auf Mothers Clash Channel. Das war es schon wieder, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei mir auf Mothers Clash Channel.